Ja, und dann passiert sowas. Lass trotzdem das Portal nutzen. Kommt! Okay, okay, okay. Habt ihr bald geöffnet? Komm, Anker! Komm! Oh Gott, wo sind wir? Alter! Wo sind wir jetzt? Oh shit! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei COD Black Ops 3 Tobi Modus. Mit Early, Dalu und Vex. Zombie Modus! Get up! Was? Get up! Ich habe gerade gelesen, es gibt wohl ein Easter-Act, wo du instant auf Runde 5, auf Runde 10 und auf Runde 15 springen kannst. Oha, ist das so für dich? Warte mal, wir können auch hier jetzt die Tür aufmachen, also, oder? Ja, aber da ist nur Muni hinter, du kannst ja reinschauen. Was ist denn hier? Ich hab doch gesagt, guck mal hier, was hier an der Wand steht. Look for the Eagle Heads and use the beast. Das ist auch weh zu tun. Ach, wie soll das? Oh mein Gott. Ich weiß, ich hab eins gesehen, als wir uns gefahren haben. Ich hab mit der, genau, hab ich auch gesehen. Es gibt aber ganz viele und die sind relativ hoch oben. Es gibt, es gibt auch ganz viele Easter-Acts und Rätsel in dem Modus, Alter. Ja. Soll man die Dinger erst abmachen lassen? Lass sie komplett abmachen, lass sie rauskommen, dann kannst du die Barrieren wieder komplett heile machen. Genau, dann kannst du sie wieder dranhauen. Oh mein Pett... Moment, hier kommt nichts mehr! Das ist doch nicht verdient. Ja, Blute für mich! Ja, wow! Wir bekommen auch jede neue Runde zwei neue Granaten. Bei mir kommt auch nichts. Was soll das? Hallo, fang! Ja eben, what is this shit? Ich war da, ich hab nicht einsam, ich hab's mal aufgemacht schonmal, schalt ja nicht. Stopp, stopp! Ihr seid verflucht! Wir sind verflucht. Wir tragen das Zeichen. Diese Kisten sind... Ich hätt, ich hätt die als Monster mal anschlagen sollen, das ist nämlich dasselbe... Ähm, ich hab geguckt, du hast, wenn du da mit einem Monster drauf guckst, wird dir irgendein komisches Symbol angezeigt. Hier hinten kommt ein Zombie... Ja, ja, Dalu, das ist meins. Ja, gut, dann nimm du das hier. Das ist ein bisschen schöner für mich. Verschwinde zurück in deiner Hölle! Ihr ist wohl gerade gekommen. Ja. Ich hab aufgemacht. Nur indem man die Beste geruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Nur indem man die Beste geruft, kann man die Dinge finden. Man muss das Unentdeckte entdecken. Die Welt, wie ihr sie kennt, existiert. Ja, Dalu, guck mal. Was denn? Hier. Erzähl doch, ich bin so weit weg. Der fährt hier runter. Okay, ich hab ne Sniper gefunden. Ich hab ne Sniper gefunden. Ich hab ne Sniper gefunden. Boah! Achso. Ja, das Ding hab ich auch schon gesehen. Diese Art Farsch. Aber es ist dann nix passiert. So, wir müssen irgendwie Strom machen. Das ist wichtig. Und was übrigens auch auffällt und das wird auch noch für irgendwas gut sein. Es liegen überall so Flaschen rum. Da kommt Nebel raus in unterschiedlichen Farben. Hier ist ein Galater drin! Musst du weg. Fett. Hier ist zum Beispiel ne gelbe Flasche. Was ist das denn? Hier ist ein Automat. So, aber der hat keinen Strom. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal Strom machen. Das ist das Wichtigste. Da hier liegt ein Nuke übrigens. Warte noch, warte noch. Die, die bleiben noch für immer da oder? Ne, ne. Die blinken gleich auch irgendwann und dann solltest du sie anfangen. Ich würd's zum Ende der Runde einsammeln, weil Geld gibt's sie eh. Das ist weg, das ist weg, das ist weg. Nein, sie ist noch hier. Was? Dann ist sie weg? Kann, wenn's bei gehabt. Der Scheiß, Entschuldigung. Also, wie viel Auswege gab es hier? Der hier? Ich mach mal hier hinten nochmal auf. 1, 2, 3. Bin jetzt nochmal in den, den anderen Weg gegangen. Hier ist auch diese Art Fahrstuhl. Da, wo ich lang gelaufen bin, kommt man sehr, sehr weit. Ich bin wieder hier hinten, wo wir gerade gestorben sind. Hier sind auch wieder die Misten geboren. Wie kam's hier noch hoch? Oh, war ein blöder Weg. Musste man viel aufkaufen für, war nicht cool. Und warum hat hier der Kaugummi-Automalt auf einmal Kaugummis? Weil der Strom hat. Hier ist noch ne Tür, hier ist noch ne Tür. Oh, äh, hier ist ein Hammer. Ab und da kannst du alle Fenster gehen dann wieder zu. Wir müssen jetzt irgendwie langsam zu dieser blöden Mystery Box kommen. Nicht, dass wir fallen. Lalo, wie hast du das aufgemacht? Oh, von hinten, Achtung. Oh, fuck. Ich bin down, wow. Lalo, wie hast du das aufgemacht? Was ist das? Als Monster. Mit V. Achtung. Achso, ich hab ein Portal. Äh, okay. Zu Early geht's hier lang. Kommt man wie nach. In dem Zustand. Kommt trotzdem weg. Komm ran weg. Komm ran weg. Ja, wir sind in Richtung Piste. Was haben wir denn hier für eine? Ich nehm mal, ich teste mal. Ah, das ist ne Shotgun, kauf die nicht. Oh, aber ich mag Shotguns. Kommt aber bitte nur mit dem letzten Zombie hier an. Hier sind Tausende bei dir. Das Problem an der Shotgun ist, Vex, die gibt nicht viel Geld, weil du machst zu viel Damage mit einem Schuss. Achso. Ah, shit. Es leben anscheinlich nicht mehr viele. Ja, ich wollte gucken, wie viele Zombies noch leben. Ah, ein Portal, ja. Oh, fuck. Okay. Okay. Boah, die sind überall Zombie-Sounds ey. Das ist voll ekelhaft. Bevor ihr einen Zombie tötet, hört euch überhaupt noch welche da sind und... Ja, und dann passiert sowas. Lass trotzdem das Portal nutzen. Kommt. Okay, okay, okay. Hab ich bald geöffnet. Vom Anger. Komm. Oh Gott, wo sind wir? Alter. Wo sind wir jetzt? Oh shit. Nein, ich hab kein Bezug. Die Geister. Da verinnern wir mich an die Hexen. Ja, dann darfst du dich nicht untouchen lassen. Ja, down. Kann der Mitte in den Box sein? Nein, ich bin down. Ich bin down. Oh, hier gibt's den Widow. Den Widow-Buff. Wow, 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 wow. Oh nein. Early, early, early. Okay, ey. Dadusch, ich bin down. Das ist hilflich. Oh fuck, da kommen paar Gegner. Oh Gott ey. Nein, ich hab doch diesen dummen Buff. Ich hab welche weggemacht. Da noch hat es, da noch hat es. Ja, ja. Und Rack ist weg. Ich bin noch da. Da vorne sind so Totenkopf-Altare, keine Ahnung. Kriegst du mich? Ja, ich belebe euch jetzt. Also einer crawlt noch. Das heißt wir haben Zeit. Den lebe nicht auf. Den Crawler nicht töten, bitte. Der kriegt hier. Ja, damit ich hätte nur ein paar Sekunden mehr überlebt. Ah, sorry. Aber dort ist ja eh noch keine Waffe gehabt. Von daher ist auch nichts verloren. Doch, hatte ich gerade eben gekauft. Was ist das? Hier ist auch mysteriöse Kriste da. Okay, ich hab den Crawler jetzt erstmal bei mir. Ja, krass mein Sound lauter. Hier ist Mule Kick. Äh, ist einer? Oh Gott. Wem folgt der Crawler gerade? Mir, 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 mir. Du darfst nicht so weit von ihm weglaufen, sonst stirbt er einfach. Ja. Das ist der Power-Schalter? Wir gucken uns um. Was du hier machen kannst. Nein, du kannst nur mit diesem komischen Ding, wenn du das eingesammelt hast, äh, die Blume kaputt machen. Ja, das haben wir schon rausgefunden vor zwei Parts. Ja, du hast gesagt, nein, nein, nein. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, geht doch nur damit. Okay, ähm, hier sind überall Stromkisten, die sind aber aus. Zum Beispiel hier der Widow-Buff, der geht auch nicht. Das heißt wir müssen den Stromkasten erstmal finden. Ey hier, guck mal, habt ihr die Kisten gesehen? Stopp, 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 mein Symbol hat sich grad geändert. Was habt ihr gemacht? Hä? Hier. Was habt ihr unten links für ein Symbol? Wie sieht das aus? Ne Kralle. Immer noch das, immer noch die Kralle. Komm her, hier, hier sind die Symbole. Oh. Also ich habe den Ort für das eine Rätsel gefunden. Und das ist auf der Seite. Hinter der Wand sind die Schwerter versteckt. Hier, das ist die Kiste. Ja richtig, das ist auch wieder, die hat auch so Symbole drauf. Ähm, wenn wir mit der Bahn fahren, ja, gibt es hier an der Wand Symbole. Mach mal die Kiste auf. Ja, weil das will ich Early gerade erklären. Ähm, und die Symbole, die du siehst, wenn du aus der Bahn guckst, sind drei von den neuen Symbolen, die hier drauf sind. Wenn du die drei mit dem Blitzding abschießt, geht die Wand weg und dahinter sind die Schwerter. Ja. Wir müssen also mit... Das ist Early gerade. Noll, ich habe einen Strom gemacht. Achso. Hier oben, Mule Kick ist auch gut. Ja, Early kann man runter. Ja, ich lebe. Okay. Damit macht man Strom. Das ist klar. Ja, ja. Gut, dann haben wir das auch. Was ist Widow's Wine? Was ist das? Widow's Wine ist, wenn du getroffen wirst, friert der Zombie ein. Sehr praktisch übrigens. Was müssen wir hier für ein Ritual auf, wenn wir die Türen zu öffnen? Okay. Also ich glaube, wir haben erstmal hier alles gemacht, was wir machen können. Denn wir müssen hier später wieder rein. Ich glaube, die Zünder, die wir bekommen, sind für diese komischen... Wir müssen hier raus. Kommt wieder raus. Hier können wir nichts mehr machen. What the fuck? Let's party. Aua, aua. Ich teleportiere mich. Warte, 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 warte. Wollt ihr jetzt zünder oder nicht? Einer noch hierbleiben, einer noch hierbleiben bitte. Ich habe eine Idee noch. Eine Sache möchte ich testen. Der Teleporter bleibt immer an der gleichen Stelle. Das heißt, wir können jetzt mit der... Wir müssen jetzt mit der Bahn fahren, wenn wir dann eine Waffe haben. Und dann machen wir das Rätsel. Ab wann ist denn der Fluch wieder aktiv? Jede Runde einmal. Okay. Ach, pro Runde nur. Jo. Sollen wir uns jetzt töten? Oder nicht? Ja, kannst du hier kurz warten. Geh im Notfall zurück. Nice, danke. Geh im Notfall zurück. Ich versuche mir eben hier schnell den Fluch zu holen. Und oben ist was. Okay. Ja und die Kiste auch early hinter dir. Diese Kiste da, die ist schräg wie immer hier. Leute, wenn ihr jetzt nicht zusammen kommt und einer von euch down geht, ist der weg. Nur damit ihr bescheuert. Oh nein. Oh nein. Okay, ich geh... Ich komm ran. Oh Gott, ich hab die Kiste geöffnet. Wie kannst du sliden? Oh fuck, ich hab zwischen... Nein komm zurück. Während du sprintest, C ist zum Sliden. Oh fuck. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Ich hab oben ne Tür geöffnet. Wir können da jetzt immer rein. Wär auch so mit dem Teleporter. Wär auch so mit dem Teleporter. Ja, aber das Ding ist komplett offen. Das ist am Sporn ist das unten. Unten am Sporn ist das die Tür. Der Scheiß war unglaublich. Die Wichser konnten mir nichts anhaben. Ich hab irgendwas geöffnet aus der Kiste. Ah Leute, hier ist die hier unten. Guck mal wo ich bin. Hier, äh, da können die runterlaufen. Dann kommen die hier unten rein. Wir müssen grad kämpfen. Wir müssen jetzt gleich zur Bahn. Und ich würde das versuchen gerne in der Welle zu schaffen, halt dass wir noch nicht... Hallo? Munition? Maximale Munition! Ah, ich bin abgeladen. Ja, was? Hier hinten, hier unten geht's rein, wo wir grad waren. Guck mal, ich hab was geöffnet. Ich hab die Kiste aufgemacht. Ah. Die Kiste, die da unten war, hab ich geöffnet. Ich hab keine Ahnung was das ist. Welche Kiste? Diese Kisten mit den Symbolen. Ja, das sind die. Ja, ach, das sind die. Ich weiß wofür das ist. Alles klar, komm mit. Wir müssen zur Bahn. Okay. Wir müssen jetzt, äh, die Bahnstation finden. Jetzt kommt gleich der Boss, oder? Wir müssen die Welle, darf jetzt nicht enden. Wir müssen am Ende sie haben, der kriecht. Wir brauchen jetzt n Zombie, der kriecht. Warte, äh, volle Munition. Das dauert aber noch. Moment, Moment, Moment. Ja, okay. Aua ey. Brauchen wir das Ritual? Welches Ritual? Ja, das Ritual. Gibt tausend Rituale. Was? Willst du da sie dich langsam aufruhen? Okay, denk dran, jetzt könnte, wir sind erst in Welle sieben. Das heißt, es gibt noch gar nicht so viele Zombies, ne. Versucht jetzt n bisschen zu schauen. Alter, Dalu, Dalu, komm zum Spawn, komm zum Spawn. Nein. Doch, dringend. Komm zu uns. Hm. Oder rede wenigstens, was du machst. Warte, komm mal zum Spawn. Erstens hab ich was aktiviert gerade, ein Kran oder sowas. Okay. Denk dran auf die Zombies auffassen bitte. Dalu, links, da unten. Da, das hab ich grad ausgepackt. Oh fuck. Hast du's? Ja, ich hab einen Teil. Komm mal hierher. Geister. Da ist der. Geister. Dalu, komm mal kurz her, hier unten. Hier hinten, beim Spawn. Ja, alle tot. Rede doch, sag doch bitte eben was. Guck einfach. Ja, jetzt haben wir ne neue Welle. Schlüssel der Beschwörung. Ich bin auch Künstler. Wunderbar. Ja, einfach eins. Oh, okay. Oh, wir müssen die Dual nicht. Ja, aber wir brauchen jetzt... Ah, scheiße. Das war's. Okay. Was ist los? Lies auf den Boss erst mal. Ja. Ja, ja. Insta-Kill ist gut. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Insta-Kill, Insta-Kill. Boss, Boss. Da, du schlau. Au, 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 au. Insta-Kill. Okay, ich muss doch... Ich bin down. Ja, vielleicht kommen wir dann. The fuck. Wie sieht's da aus? Du hast immer noch Insta-Kill, ne? Ah, shit. Ah, da noch lebe. Dann bin ich nicht da oder was. Ne, da noch lebe. Du kannst versuchen den Leuten zu helfen. Das Monster kommt jetzt gerade in den Boss. Kannst du den Boss nicht mit Infa-Kill machen? Die Messer ist noch hier weg. Einer hab ich aufgehoben. Oh Gott, der ist für dich. Ja, aber das gibt dir halt wieder neue Zeit, wenn du einmal aufgehoben wurdest. Er ist schneller. Das ist deine letzte Chance, dich still zu ergeben. Ich gebe zurück, ich gebe zurück, ich gebe zurück. So machen wir das in meinem Revier. Jetzt lebe ich wieder. Habt ihr den Boss? Äh. Nein, wir haben den Boss natürlich nicht. Oh shit. Der Boss verfolgt immer noch mich. I need weapon. Und wir sind in der neunten Welle leider, was auch wieder echt kacke ist. Oh fuck. Ab ihn. Mal zwei alles. Auf die Kugeln drauf schießen. Die explodieren dann. On contact. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Geht voll ab, ey. Ich verfolge mich. Hey, das ist so unfair. Ich verfolge alle mich. Ja, das denkst du. Okay, stopp jetzt. Oh Gott, da kommt noch. Was ist denn mit ihm? Er fliegt durch dich. Oh fuck. Oh fuck. What the fuck. Ah, wegs. Geht regnet. Ah, die ist gerade hinter mir. What the fuck man. Full Muni. Alter, was ist das denn gewesen, ey? Ich bin schon rot. Early ist wieder abgehauen, glaube ich. Lass uns wieder hängen. Early lässt uns wieder hängen. Was heißt lebt denn noch? Ich fahr kurz. Ich fahr kurz. Ich fahr kurz. Der Fluch. Danke. Kommt mit, Leute. Mir nach jetzt schnell. An unsere Teamspieler. Andere Teamspieler. Ich muss noch gucken. Die ist ganz gut. Ja, hab ich auch. Oh, die Kuh. Ja, die hab ich voll gespielt. Die ist echt gut. Alter, war das gerade geil. Wo ist denn hier die Bahnstation gewesen? Hier. Hoch, 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 hoch. Anscheinend lebt noch irgendwas. Wir lassen es auch leben. Was auch immer es gerade ist. Eine Kugel. Lass es leben, lass es leben, lass es leben. Bahn rufen, Bahn rufen. Wo ist der Knopf? Hol ich, hol ich, hol ich, hol ich. Ich hab ich, hab ich, hab ich geholt. Ist hier ne Map? Ist die schnell genug? Ne Map. Hier. Welche Station sind hier? Was ist das? Oh fuck. Oh fuck. Wir müssen es töten. Geht nicht anders. Ja, okay. So, plötzlich Bahn. Ja, komm. Sie ist da, sie ist da. Man kann aber nicht direkt fahren, ne? Hey Freud. Ja, da kannst du die Eier reintun zum Brüten. Wir sind, wir müssen jetzt beim Fahren in die Linken. Wir müssen so oder so links gucken. Ist egal, ist egal. Wir müssen links beim Fahrtrichtung links. Und los. Man kann auch nicht. Wir können auch nicht. Cool down. Cool down. Damit du nicht immer hin und her fahren kannst mit Geld. Ich kann denen ein bisschen Double Points nehmen. Ich versuch sofort zu drücken, wenn es geht. Komm schon. Leute. Oh nein. Okay, ich bin down. Einer von euch müssen den Knopf drücken, wenn es geht. Wie denn? Wo denn? F. Reckdruck F. Warte, wo? Oh. Oh. Vorne oder hinten. Also in Fahrtrichtung halt. Da ist so ein grüner Knopf. Oh. Man weiß aber nicht, wie viel cooldown das hat. Holy shit, ey. Auf jeden Fall ne ganze Menge. Alter Schwede. Ja, wir kommen der Sache immer näher, würde ich sagen. 10% haben wir schon entdeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei dir einer vorbei. Bis zur nächsten Folge. Haut deiner Willsehen. Und Tschüss. Bis. Hehehe. 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 Diese Porno-Muck, ey.